ja hallo erst mal herzlich willkommen hier zurück in summer of mara und pony höhle ok was habe ich denn hier gefunden ich bin ja jetzt okay die fahren auch weg ich war ja letztes mal hier oben im norden dann bin ich einmal eben kurz hier runter und jetzt halt da abgebogen und gerade fabel brot gegessen mit mittwochs genau so wovon die denn hin keine ahnung das ist auch noch so ein kleines boot das ist eine höhle die gucke ich mir gleich mal so was ist denn hier ja blub blub nein da habe ich kein köder das sind dann die blauen die bellen hier kann ja auch erst mal wieder was einsammeln das ist auch noch was was brauche ich denn hier das habe ich nee was ist das denn jetzt ich gehe tauchen so hört sich das an öffne die schatztruhe und kehre mit deiner beute zur rettungsboje zurück ok 120 wie komme ich denn wieder hoch ok ja versuch nach oben zu drücken oder so ging dann nicht mal kurz hier kleine chips essen moment das sind krebs ok dann ab 20.000 da unten längstes abtauchen ja so ach das auch noch eine mufel ok ok aber wenn ich loslasse dann geht es hier von alleine hoch ok ist jedes mal was anderes da oder wieder was da wenn ich tauchen gehe ich gucke doch mal Moment moment hmm 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 ok so mal gucken unten im Meer unten im Meer da ist noch mehr da ist noch mehr ja da ist 120 120 Taler da in der Schatzkiste und eine leere Flasche ok gut ja ok wie viel Geld habe ich denn jetzt ich habe glaube ich zwei Kisten da ist eingesammelt wo ganz viel Geld drin war ok ich kann ja nicht gucken dann geht das nur an Land mal mal Süden ist offen was wäre denn in Süden ach da ist auch noch eine Insel eine Insel hat ein Tunnel da da oder wenig so noch mehr Moment das haben wir hier mal ein hier Bäm Steine Holz nochmal Steine ok eine Hülle mal gucken was hier in dieser Hülle ist so aufsteigen bitte äh hallo ähm ähm nix ok das sieht so aus als wenn ich das nicht benutzen kann doch hacke hacke hau hau oder so ähnlich hier hängen äh Flach und Post von der Degel oder was ähm bla 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 blubidi blub blable blablabom snubblblblblblblb ähm keine ahnung warum das hier halt in dieser anderen sprache ist die koa ja vorher noch nie gesehen hat und sie scheint das dann irgendwie auch selbst zu verstehen oder was wie ich das verstehen soll da braucht sie einen besseren hammer für das so was du hast auch mal eine flaschen post ok ein kaputtes boot da sind zwar okay ach das also eine köder und hier brauche ich was achten wo wir den habe ich glaube ich einen zander ok hier kann ich mal pflanzen mitnehmen aber sonst überall auf andere inseln da geidert er nicht hallo lässt du mal so platzieren was denn platzieren ich habe nichts okay echo 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 hallo du grüner mensch oder was bist du dies sollte eigentlich ein romantisches date sein ja ich nehme die subwinde oder soll er drin haben es tut mir leid dass ich nicht genug habe aber ich war in eile ach ja man muss auch nicht jeden tag tusten so einmal die woche das reicht doch tut mir leid ich habe ich habe kein essen für dich habe ich noch nicht gelesen naja ob herr wurde wurde gut so ja dann okay okay glibb glibb da 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 wir okay einmal hier sind und einmal wieder super rosa land okay nicht lalala sondern okay ein getränkern bekommen hier ist noch mehr zum einsammeln gut moment was haben wir hier da kann ich auch wieder tauchen okay ich will das mal gucken Ah, eine brauche ich. Ach. Ah. Hm. Okay. Lalala lalalala lalala lalala lalala. Uga Muga genau okay so aus wie ein Käthebrot ich kann hier auf dem Wasser und so nicht gucken was ich habe und so gut dann muss ich erstmal wieder zurückfahren ich fahr erstmal so zurück jetzt wieder hier denn hier muss mein Schiff gleich auftanken und muss ich abgeschleppt werden und das Geld kann ich mir sparen hey 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 Huga Haka Huga Haka Huga an der Copacabana und am Wörter so wo bin ich jetzt Heimatinsel okay jeder die Heimatinsel dann so blam 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 moment erstmal wird das hier eingesammelt so haben wir die sammelsam 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 genau das habe ich noch gesehen aber hier geht es halt nicht weiter da sind steine immer nur auf 99 okay dann ja keine ahnung dann geht da oben Ach gucken wir hier Ist auch mal wieder was dran nach langer Zeit wie schön dann nehme ich den auch gleich mal mit hier ist so eine märme damit erstmal hier lokal und hier machen kuchen 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 und so weiter habe ich was zum pflanzen hier oder sowas ja karotten sah mailsam paprikasam weizensam ok mache ich einmal hier dann einmal paprika und einmal mais und hier macht denn einmal karotten so ob es eigentlich bringt so hier kommt meist so hier kommt dann nochmal paprika hin und hier mal ich dann noch einmal weizen nennen so erle dann einmal hier diese diese gewisse buddok gut sie müssen und sogar dar kägenes kassi und dass die nassi nassi und die flummen die die mummen okay hochmann einmal der moment die karte muss auch noch was haben wir geben wir noch hier die karte kommt so okay weg mit den eimer rein in mein meine hütte sag ich mal kann ich denn ich könnte da was zu essen herstellen plattfilz kanäle und holz gekreter okay den habe ich glaube ich noch gar nicht da brauche ich drei sachen für da mache ich das nochmal so genau die geht auch noch mal gut und ich nehme die dann noch mal mit so einmal orangen da bitte und hier gibt es brombeer geht nur einmal okay so und hier geht okay zweimal gut da habe ich jetzt mal einiges hier okay da gibt es schon um nein kommen wir hier runter so dann okay drei tage drei tage drei einmal fünf in ordnung dann würde ich mal sagen keine ahnung ich wollte das boot er noch auftanken genau das kann ich auch hier noch eben machen da muss ich ja einmal nur durch die mine durch wie dann auch immer das boot aufgetankt wird ich habe keine ahnung so aber hier zum tank und ja schöne da freut sich die kleine okidoki ich habe immer mit so viel steine da kann ich jetzt hier so keine mehr abbauen weil geht nur bis 990 h also lasse ich die anderen erst mal deine mine dann verkaufe ich mal ein paar steine hier auf meiner anderen insel in quellis tja eine bootsfahrt die ist lustig lade das darum plassen so komme ich wieder langsam wieder an hallo ja so ich habe das bei mir jetzt 0 uhr 38 heute am 30 ersten ok ich werde erst mal schlafen damit ich hier womit mehr aufsdauer habe als ich jetzt nicht mehr habe hier habe ich nur so einen kleinen zipfel also ha 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 lustig ok jetzt mal gucken jetzt habe ich so die hälfte ok auf jeden fall mehr als eben und ich kann mal zwei äpfel essen zum beispiel einmal und zweimal so hier unten habe ich jetzt noch verschiedene sachen oh gott guck dir das mal anfang kuchen gibt mir vier ganze ja ein cent wird es auch ok nach der meinte ich habe ein bisschen müh gefunden schmatz schmatz liebe alles klar so macht er den laden auf hier ok naja nur zwischen 10 und 16 uhr ok dann probiert das erstmal oben ach jetzt kann ich hier gucken wie viel geld warte mal 2883 hm wenn ich auf der einen stelle da durch tauchen immer so 120 taler finden kann das ist ja interessant so warte mal ich kann hier kohle nein kürbis ok für den fang gucken wenn ich 90 taler bekomme Donnerwetter steine gibt es jemand der steine für mehr verkaufen wir haben wir als nur zwei ich glaube nicht der da 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 dann noch 266 normal dazu Das habe ich schon über 3000 taler ähm nein Starne krieg auch nur zwei überall kriege ich nur zwei alles ich glaube nicht dass einer mehr gewi2 haha na du dicke tante mit den dicken dingern ok mal ja aber das behalte ich alles selber und auch hier gibt es keine nur für zwei taler okay so tag ich bin da ein singen dafür was soll denn das sein und wofür überhaupt metallboot 135 wofür braucht ein metallboot okay dass man gucken na gut da verkaufe die steine erst mal hier okay sagen 100 habe ich da von die hälfte 50 könnte ich machen 49 1 2 3 4 5 6 7 8 50 ich mache unten 120 taler voll und dann habe ich hier nee die sind da oben paar mufen habe ich da und so aber die lasse ich erst mal ok ich weiß zwar nicht wofür ich dieses motorboot also modellboot brauche aber ich nehme es einmal mit alles klar so mal gucken was zeigt er mir denn jetzt hier an und der mann baut ein firma typische fischerboot ok ja gut dann würde ich sagen wenn ich erstmal die folge vor heute habe noch ein paar inseln gewohnt in die hülle gewohnt und und so weiter und ja jetzt einmal geht es dann hier wieder weiter und wo sie noch eine oder andere machen und dann sage ich bis zum nächsten mal hier gute nacht bleibt gesund werde gesund und dann ja bis zum nächsten folge bye bye